Hallöchen und herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einem 5 Booster Match Attacks Premier League Nordic Edition Unboxing. Jawohl, mein zweites Display ist da. Ich habe wieder 5 schöne Booster für euch aus dem Display hier rausgenommen. Ich produziere das Video früher morgen. Hier sind jetzt noch 45 Booster drin, dafür wird es mich dann wieder auf Instagram geben. Mein Lieber Sangekönig schreibt mich auf Instagram aus der Strauss und Banie und Sangekönig auf Instagram als Sangekönig auf der Strauss und Banie. Kamerarotogramme ziehen, das reicht euch einfach. Ihr holt euch ein Display davon, wenn ihr Bock habt. Jeden dreitausend ist es ein Packcast. Jetzt kommt ein Urgriff. Wo soll die sein? Es wird hier mehr erwarten. Aber ich würde sagen, wir legen mal los. Wenn wir die Schöne und nun wieder rumgeschneckt. Ihr könnt euch auch ein Baseplanes geben, aber egal. www.Ovr.com Layton Baines James Tarrowski Helmilson Fernandes Patrick van Arnold Davidsson Sanchez Vigil von Dijk. 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 Vigil von Dijk.